, Moinsen! Hahaha! Okay, das mal da rüber. Hey, ich geh da rüber! So, da muss ich jetzt noch... Das Portal steht schon! Flup! und nun m es hier ist blöd was muss mit dieser portalfläche da die ja die nur was gebracht damit das um das pläder zeig dein mann kann damit er nicht zum button kommst also okay sie brauchen wir jetzt erst mal gar nicht oder bist du so sicher schon gut nur wort ich nicht wissen sie kriegen wir keinen splatter hin du kannst nicht zufällig wenn du auf der portalfläche stehst er verraten auf dem button da stehst ganz inischen portal hier überschießen oder doch ich könnte da uns hinschießen warte 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 würde das was bringen ich könnte mal rüberkomm und dann und dann kann ich mir hier machen noch mal stelle ich noch mal drauf und da 1 10 schießen und mal den würfel hier auf die plattform stellen oder so 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 dann könnt es dann könnte ich jetzt hier muss irgendwie blauer drauf warte mal wenn du da draufstehst kann ich nicht ich dann komme ich nicht da drauf Aaaaaaah Wir müssten hier Komm mal rüber, bitte Ops Ah man, ich hab so viel gelenkt Auf dem Zeug darf man nicht lenken Man muss gucken, wo ist denn einfach klarer aus? So, bitte auf den Button Ja, da Guck Gut Warum mach ich das jetzt anders? So, ich brauch Diese Fläche und ich brauch Diese Fläche Ah scheiße, die splattert nur dorthin Du müsstest da Dahinten, wo diese Wand ist Jetzt müssen wir irgendwie das Ding da runter gehen Könntest du dich bitte da auf diesen Button stellen? Das wäre super nett Ich will mal gucken, wie wird das jetzt splattert Ich will mal gucken, wie wird das jetzt splattert Was soll genau splattern? Ich habe das falsche Portal gesetzt Scheiße Muss ich wieder rüberkommen Oder sollst du mal bitte das Obwohl du kommst da anders jetzt rüber, ne? Ich könnte Warte Warte mal, warte mal Ich Ich geh jetzt mal Ich hab bestimmt irgendeine Portalfläche So Ich geh jetzt mal dahin wo das Ah Ich geh jetzt mal dahin wo das Ich geh jetzt dahin wo das Blattzeug ist Nein! So Von hier aus Stell ich mal auf den Kann ich Da was hin machen Ich brauch aber da Da komm ich auch hin Da komm ich auch hin So, dann musst du nur noch dahin gehen Vielleicht kriegen wir es heute doch noch auf die Reihe Ähm Ich müsste jetzt nur noch da rüber kommen Weil dann könnte ich nicht mehr mitfällt 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 Ah warte mal Du kannst jetzt dadurch Wodurch Wodurch Du äh geh mal durch die durch die So Ach warte ich jetzt doch dahin setzen sollen Du musst nochmal rüber So So Stell dich nochmal da drauf Kommst du irgendwie an diese Fläche da oben Welche? Bzw. geh einfach rüber An welche Fläche? Geh einfach rüber Wo rüber? Einfach durch das Da zu dieser Rennfläche Zu der da? Ja einfach rüber Komm ich nicht Die Portale bleiben ja dann Ich komm dann da drüb Achso stimmt deine bleiben ja So Ne da So und jetzt kannst du ja da durchstehen Und dann müsstest du da oben sein Soll ich schon Ach scheiße wir können das mitnehmen So Achso du kannst mir die Portale schießen Dann müsstest du dir kommen Kann ich das? Ja Hier einfach auf Boden eins und dann da oben eins Wo bei dir oder bei mir? Ja hier Deine Da und da Da war ja eh schon So So Jetzt kann ich mich hier Jetzt nimmst du den Würfel mit Ich nimm den Würfel Äh scheiße welches ist es da her? Dunkelblau musst du glaube ich Oben ist halb Aber das heißt ich muss nichts kriegen So Bam Unu Das ist gut oder teuer Das ist gut oder teuer Das ist gut oder teuer Kann sich hier oben hin leuchten Ähm Dann können wir ja stehen lassen Ja Ja Also Ja Jetzt kann ich Ähm Den hier machen Und Den hier Kannst du den mal hochheben Den Würfel Ein bisschen höher leuchten Höher geht nicht Scheiße Springen Scheiße 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 Wir können es haben die Turtles wegleser Achso Nach rechts Nach rechts Nach rechts Aber rechts Jetzt Dürfte man sich fast weglesen können Und jetzt Und jetzt Scheiße Bist du in der Sprung Untergesprung Brauchen wir den Würfel noch Warte ich kann vielleicht Ach gut Glück gehabt Das muss schon noch Aber komisch egal Ganz einfach Du musst jetzt dein Splitterzeug setzen Ein Splitter Ja komm jetzt mal her Einfach rüber Wir brauchen nur einmal ein bisschen Splitterzeug hier Wo brauchen wir Splitter? Ah ok Diese Demontageeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen Falls wir uns nicht wiedersehen Danke für rein gar nichts Bitte Für so viele Jahre Naja es waren Tage Lucha Chuba Chubs Lolli Siehst du eigentlich während der Demontage Wenn du Tab drückst Das Gegenüber? Ne das geht nicht Schade Das ist ja eine Animation Beziehungsweise Halbvideosequenz Ja und die müssen wir doch auch sehen können Ne Doch Ne Nein Sie setzt uns ganz schön zu Ja letzte von letzter Klasskammer Ich kann lass mich noch einmal machen Ich kann lass mich noch einmal machen Ich wollte euch ursprünglich mit weiteren Tests abhärten Aber wir müssen uns auf ein beschleunigtes Verfahren einlassen Hiermit erkläre ich euch zu Tötungsmaschinen Ihr seid nicht zu Mann und Frau Mehr ist einfach nicht drin Der Raum mit dem Prototypgehäuse liegt gleich hinter dieser Kammer Dööö Sinnlos ist der Raum ever Schmerz Ochen Ochen Guck mal Siehst du diesen Glaskäfisch in dem ich hin und her laufe? Junge Siehst du den? Guck mich an Nein Siehst du? Ich kann auch seitlich laufen und kommt hier so so du schießt mir jetzt ein rotes Portal da rein jetzt hast du das Pläderzeug, jetzt kannst du da hoch könnte ich natürlich, wenn ich wollte Jungs Alter Scheiß-Aiming und nun? ich guck mal, warum nicht kannst du da hoch? ja, du kannst es da um hinschießen was du davon hast, das ist eine andere Sache und was du davon hast, siehst du dann später toll, du hast mein Portal beschieben richtig und nochmal das Ganze hast du nicht gesagt, dass ich das nicht darf aber ich kann ja deine Portale schreiben hier aber ich kann da keins, aber ich kann ja nochmal runterspringen ja, komm mal nochmal her durch die Portale nein, komm durch Mainz da wieder das gelbe hin und das gelbe, das rote hier, so hier und jetzt splatter ich das Zeug da hin jetzt schieß du dein Portal auf die gegenüberliegende Seite welches? da, in den Raum, auf die gegenüberliegende ja, ja das, oder? ja das ist das da oben kannst du jetzt kriegst du? ach, scheiße, es kommt nicht weit genug hm hm lol, das splatter passt zu meinem Fenster aber den Boden trifft es nicht hm und selbst wenn das könntest du auch splattern, indem du einfach deinen hellblaues dorthin setzen würdest ne, ich muss mein hellblaues jetzt ich müsste jetzt was darf ich mal hier raus? ich komme mir vor wie ein Affe den alle im Zoo begutachten hm ja, wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, dass einer hier und das Moment, ich guck mir jetzt mal an, was hier gemacht werden muss das gleiche hat was macht das hier? Portalfläche wo? ah ja, da müssen wir das, ähm Zeug hinmachen so dann haben wir jetzt hi guckt meine Kanone da durch? ja, die guckt da durch fail ähm wieso kann ich da nicht da durchschießen? ähm ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ne? dein Portal ist ja immer noch da drin hey aber du wüsstest, was ich grad hingekriegt hab was ist denn los? weißt, was ich grad hingekriegt hab? was ist denn los? teuer ich hab's mich purpose ich hab's gerade hingelegt, auch die zu stehen ich hab's gerade Okay, ähm. So, wir fangen wieder hier an. Total, Fläsche. Ähm. Also, wir müssen... Okay, warte mal. Derjenige, der hier drin ist, kann da oben eine hinmachen und hier eine hin. Das heißt... Geh doch mal da rein. So, ich kann jetzt nur die hier setzen. So, warte, ich könnte jetzt... Andrei, Andrei, die. Setz dann Helflaus noch mal da unten. Ich weiß, was wir machen müssen. Okay, hörst mir bitte. Also, ich setz mein Portal dahin. Da wurde... Ne, dahin, da, wo das Blätterzeug ist. Also, da. Dann, ähm... Lässt du mich hier rein. Mhm. Ich schieß meins da oben hin. Und... Ja, gut, lass mal, dass wir uns soweit machen.